Und wir haben hier die neue Fenix E-Light, eine Lampe mit 150 Räumen, weisses, rotes und blaues Licht, sehr sehr kompakt, wir haben vorne hier ein LED für das weisse Licht und dann separat noch ein Positionslicht in rot und blau, sehr schnell zum Lieferumfang, hier kommt die Lampe selber, hier mit dem Gürtelclip, der Akku ist fix eingebaut, es ist ein USB-C Laderbord hier, der Lampe direkt anbringt, dann haben wir ein USB-Laderkabel, USB-A zu USB-C, Schlüsselring, Garantiekarte und auch noch die Bedienungsanleitung, so sieht das Ganze aus, wir schalten jetzt hier die Lampe mal eins, erste Stufe, zweite, dritte Stufe, Turbo, volle Leistung, erste, zweite, dritte Stufe, den Knopf lang drückthalten und dann können wir hier das rote Licht aktivieren, oder schön die Breitfläche abstrahlen, noch mal Knopfdruck, geht dann in Blinkmodus, können wir auch im Bike befestigen, auch das Rücklicht, oder natürlich generell einfach auch das Positionslicht, an einem Ausrüstungsgegenstand, so die Lampe montieren, separat auch hier noch das blaue Licht, oder hier eine schöne breite Abstrahlung, und auch der blaue Blinkmodus, so sieht es aus, geht dann wieder die Rote auf Rot, wenn wir zurückgehen, hier vorne, wir können sagen, die Taschenlampenfunktion, dann können wir den Knopf wieder längst drückthalten, dann wird sie umstellen, und dann auch hier wieder ein einzelner Knopfdruck, geht dann durch die einzelnen Stufen, der Sperrmodus ist ebenfalls vorhanden, mit einem Doppelklick können wir jeweils die Lampe sperren und entsperren, jetzt hier wieder entsperrt, Doppelklick, geht dann hier die Sperrfunktion so aktivieren, und auch hier noch ein Indikator LED vor, der grün aufleuchtet, der signalisiert, dass der Akku hier momentan noch gut aufgeladen ist, Doppelklick noch einmal, entsperrt die zweite, dritte Stufe, Turbo. Wir schauen jetzt noch schnell die einzelnen Halligkeitsniveaus an, 40 Meter Leuchtdistanz, 150 Raum, und dann rückseitig hier die Tabelle, wo wir die einzelnen Raumenzahlen sehen, volle Leistung, das High mit 150, Medium 45, Low mit 5 Raum, und dann haben wir separat noch die Farbmodi, Rot und Blau und auch der Blinkmodus jeweils, ist ja mit den drei Raum vorhanden. In der vollen Leistung, das heisst mit 150 Raum, kommt ein Step Down, und das sehen wir in der Bedienungsanleitung, hier sind die Runtimes beschrieben, die wir dann genau sehen, wenn die Abstufung passiert, die Abregulierung der Helligkeit, das sieht so aus hier, ist so beschrieben, in dieser Anleitung, 150 Raum, anfangs, ein paar Minuten, geht nachher runter, und hat konstant, ich sehe es hier nicht ganz exakt, und ich gehe davon aus, dass das um die 100 Lumen ca. sein kann, die die Lampe dann konstant wird tragen, das ist hier ein bisschen speziell kennzeichnet auf der Grafik, recht mal mit um die 100 Lumen, es wird nicht ganz genau hier beschrieben, wo eine konstante maximale Leistung ist, wenn wir den Turbo anwählen, nachdem dann ein Step Down passiert ist. 1,66 Stunden Laufzeit, wenn wir dann den Turbo so aktiv lassen, inklusive Step Down, oder eben in der höheren Stufe, das heisst, wenn wir den Medium Modus anwählen, der zweithöchste Modus oder der zweithöchste Hewigkeitstufe, dann gibt es dann im Prinzip nicht direkt ein Step Down, und es wird ganz ganz langsam, die Hewigkeit runterreguliert, so wie wir es hier auf der Grafik sehen, bleibt aber in etwa, genau von diesen 45 Lumen geht es scheinbar ein bisschen runter, ich rechne mal mit 30, 35 Lumen, wo man gleich während bis zu diesen ca. 4,5 Stunden hat. So sieht das aus hier, bei der Phoenix E-Light, weitere Angaben zu diesem Modell findet ihr auch im Onlineshop unter phoenix-schweiz.ch. Besten Dank fürs Zuschauen, ich muss sagen, sehr praktische Lampe, sehr kompakt, gerade auch mit dem Aufladenport hier via USB-C sehr interessant, und ich kann sie natürlich je nachdem als Positionslicht einsetzen am Bike, oder auch in einem Rucksack oder diversen Gegenstände. Merci fürs Zuschauen, jetzt freue ich mich auf eure Nachrichten, eure Kommentare oder natürlich auch auf eure Bestellungen. Glocke.